Oh, der rote Ole. Guck mal hier. Aber diese langen Ventile. Boah Alter, mach die doch mal bis hier in die Mitte. Dann kannst du von der Narbe aus Luft reinlassen. Ja, wollte ich. Wollte schon immer machen, aber es gibt keine längeren. Der rote Baron hier. Jetzt geht's ab. Aber du hast nicht deine Tage heute, oder? Nee, das nicht. Oh, guck mal, wie schön. Noch nie drauf gesessen hier. Und gerade, gerade. Der Loch ist ja gerade. Okay, ihr Schnullis. Boah, Ole. Junge. Junge. Das ist das zweite Mal, dass ich das Ding hier im Trockenen fahre. Woah. Oh. Wow. 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 Oh, Stein! Hey, boys! Ja, ja, ja. Mach sie wieder zu. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nice. Ah, stop. Ja, geen stop. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und dann geht's los. Das war gut. Da ist der 3 2 1 Kollege. Und dann geht der los. So. Oh, das geht! Haha No, no, no! Shoo! Oooo! Oh! Haha! Uah! Fuck! So cool! Nein! Ah, da ist der Pro schon wieder da! Woah! Woah! Super! Ja, das ist klar! Ja, das ist klar! Haha! Hallo, der Linker! Passiert durch, passiert durch! Oh! Oh! Juhu! Juhu! Oh! 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 Wuhuuu! 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 Wuhuu! 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 Aber guck mal, die haben den ganzen Krempel weggemacht! Ja, ja, die haben sie entschärft! Ja eben! Also, selbst wenn ihr die jetzt nicht packt, ist das Schickenlein da! Ich glaube, das wird jetzt demnächst die ausgefahrene Linie hier! Boah! Wenn da der Baum gewesen wäre... Ich komm um den Baum rum, und seh nur dich in meinem Augenwinkel parallel! Ich so, la fuck! Alter, Ralle! Wenn da der Baum gewesen wäre, wäre der Ralle weg gewesen! Ralle weg! Ja, aber du kommst nicht mehr zum Stehen! Ja, aber da bin ich noch drüber! Ich bin doch über dem Scheißbaum! Scheiße, dann müsst ihr mir ja zulegen! Jawoll, ja! Kein Zurück mehr hier gibt! Nehmen wir keinen Scheiß! Ja klar! Nehmen wir keinen Scheiß! Er ist ein gegen Durst, und dann auch noch! Ich hab auch so gewohnt! War das so? Du brauchst sechs mit Zusatzteil, weißt du? Waren wir auf Hoppe, tauschen wir mal durch! Oh, springen! Bei euch das Gewicht passt das! Bei mir und Mitch passt das überhaupt nicht! Ich würde es auch mal gerne fahren, weil es zu viel Fummelerei ist! Was hast du für eine Feder drin? 55? Ja, hab ich auch! Perfekt! Mitch war richtig nett! Ich teile mit euch meinen Hasen, den wir von Ole gekriegt haben! Wir dürfen jetzt auch mal ein Stück abbeißen! Jetzt! Warte mal! Ole, das ist für dich! Aber nicht auf einmal, ja! Ich teile mir das ein! Marcelo, hier komm! Aber ganz langsam! Ey, da hat zwei Stücke! Ey, warum so viele? Entschuldigung, das ist für mich! Oh, ja! Ich bin mir jetzt mitmorgen! Mitmorgen! Ich hab noch Urlaub! Ich hab noch Dienst, Dienst, Morgen! Ich darf jetzt gerade? Ja, auch! Aber könntest du jetzt, wenn du so ein gebrochenes Bein hast, nicht einen gebrochenen Arm, könntest du dann mit deinem gebrochenen Bein noch mein gebrochenes, meinen gebrochenen Arm verarzten? Ja, klar! Okay! Ich müsste halt dabei sitzen! So! Wir haben fertig! Geile Tour mit den scheiß E-Bikern! Schöner Feierabend! Wir sind alle platt! Das Wetter fisselt ein wenig, aber es war richtig geil! Der Ralle, ne? Der hat den Cockkiller verkackt! Pssst! Hab ich gar nicht! Ich hab dem Ole gezeigt, wie schnell er runter geht! Ihr scheiß E-Biker! Bis demnächst! Was auch? Schabella! Superman! F Penskel! Du wirst wie ein solger Brief. Sie tricked uns vertrellingen! Schöner für hier schweiler! Uintrum sichительно! Hobby sind zu letern 저녁? Wirяют die decor, die gewisse punkte unsere machte. Sie sind genauer Quanstatt mit einer Ngäuter racente. Vielen Dank.